Mein Name ist Evelyn Schneeberger. Ich leite die Filiale der Firma FotoJunk in Eisenstadt. Wir befinden uns hier im Fotostudio, wo wir all unsere Porträtfotos machen. Wir decken sicherlich jeden Bereich der Fotografie ab, der Porträtfotografie. Ob das jetzt vom Kleinkind bis ins hohe Alter, sage ich jetzt mal, bieten wir ganz verschiedene Pakete an. Es passiert so, dass die Damen und Herren zu uns kommen. Es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, eine Visagistin dazu zu buchen, was natürlich immer sehr wertig ist, vor allem für Beautyfotos, die wirklich jetzt ganz stark im Kommen sind. Dann wird eben fotografiert. Das dauert so circa eine Dreiviertelstunde und im Anschluss werden die Fotos dann gleich begutachtet. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Firma wirklich absoluter Vorreiter ist in jedem Bereich. Geht's um Schulfotografie oder die Porträtfotos im Studio. Auch unsere neue Businesslinie ist wirklich sensationell, kommt gut an. Wir heben uns da wirklich ganz stark von unseren Konkurrenten ab und ich finde wirklich, ich bin überzeugt davon, dass die Firma FotoJunk einfach wirklich da ganz tolle Arbeit leistet.